Liebe Schülerinnen und Schüler, Ihr habt dieses Jahr die Swissite-Abzeichen verkauft. Ich möchte euch ganz herzlich danken. Ihr habt nämlich damit ganz vielen Menschen im Ausland eine Freude gemacht. Ihr habt ihnen ermöglicht, dass sie sauberes Wasser haben. Wir haben ja dieses Jahr alle erlebt, wie wichtig es ist mit dieser Corona-Krise, dass man sauberes Wasser hat, dass man regelmässig die Hand waschen kann. Ihr habt aber nicht nur den Menschen im Ausland geholfen, sondern ihr habt auch im Inland geholfen. Ihr habt zum Teil jetzt in dieser Zeit verzichten müssen. Ihr habt nicht mehr Geburtstagsfeste feiern mit diesen neunen Freunden. Oder vielleicht habt ihr den Nachbarn geholfen einkaufen. Auch für das möchte ich euch ganz herzlich danken. Das ist das, was den Zusammenhalt ausmacht in unserem Land. Dass wir miteinander schauen, wie wir einander unterstützen können. In unserem Land, aber auch den Menschen, die es schwer haben. Herzlichen Dank, ein gutes Jahr noch und alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.